Deutschland ist ja auch direkt bei Basel so dran und ist aber schon anders. Also ich finde andere Mentalität, anderer Humor, viel schneller. Also ich fand am Anfang hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders. Ich komme aus einer Familie, wir haben total viel Musik gemacht, immer früher, weil wir auch eine große Familie sind und irgendwie so viel gesungen haben, aber ich mache das eigentlich auch total gern, das ist wichtig, aber irgendwie habe ich noch nicht die Leute gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt Musik. Ich würde es nicht irgendwo alleine singen unbedingt wollen oder so. Chor habe ich früher viel gesungen. Was soll das? Was denn? Du flirtest. Ich habe nur jemanden zu. Prostet. Weisst du was? Lass uns den Abend hier beenden, okay? Wie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefüllt ist, ist das irgendwo so ein bisschen die Sprache vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Also irgendwie. Wirklich. Ich bin gespannt. Das ist ja auch. Leit. Ich bin gespannt. Lass mich. Dann machen wir ja. Wirklich. Wirklich. Wenn wir alle wieder aussehen, Dann machen wir uns doch noch ein bisschen gut. Bis zum Mit dem Moment. Ich bin gespannt. Ja? Entsinci Extrat. Vielen Dank.